Wir fahren jetzt Wald-Landstraße, Wald-Landstraße. Der nächste Stopp wird beim Schloss Scheneg sein. Kennt das Schmerz? Kennt das jemand? Ne, aber das lernen wir gleich kennen. Wir lernen es ja gleich kennen. Denken wir in eineinhalb Stunden sowas. Ok. Und ein bisschen steh. Drei. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018